halli hallo hallöchen es ist wieder soweit das wort zum sonntag die woche geht schneller um wie man eigentlich schauen kann ja wenn man dennoch zur schule oder arbeiten muss sowieso noch schneller und ja lange rede kurzer sinn woche ist schnell rum gestern kein livestream tut mir leid aber ich bin einfach momentan so ein bisschen am anschlag viel arbeit und gestern bin ich um zehn ins bett und ja das war's denn schön schlafen ausruhen und morgen geht es schon wieder los neue woche startet aber ich denke das versteht ihr auch wenn da mal nichts kommt sonst kommen ja die woche über denke ich genug videos sonst wetter wir haben schönen herbst es ist verdammt warm am tag es ist abends recht kalt so um die zehn grad in der nacht aber das gehört dazu dass jetzt auch noch recht frisch hier draußen aber es ist trocken ich sitze natürlich am teich und ja es plätschert und macht die fische sind noch aktiv die pflanzen gehen langsam alle in winterruhe ja aber der winter ich bin mal gespannt wie das hier im winter wird wenn das hier voll schneit und ich hier draußen denn das wort zum sonntag machen bestimmt lustig okay ja ich will euch eigentlich auch nur noch einen schönen sonntag wünschen ich bin heute wieder dran mit kochen und ja wird das jetzt langsam vorbereiten und ja das die woche langsam ausklingen lassen und morgen geht schon wieder die neue woche los und ja natürlich auch mit neuen videos und ich wünsche euch auf jeden fall einen schönen sonntag gute woche bleibt gesund und wenn der nächste live stream kommt was ich euch natürlich wissen macht's gut tschau tschau